Hey Leute, was geht? Ich war in einem ganz neuen Video mit... Ente! Was geht? Was geht, Ente? Was geht auch so? Und zwar bauen wir heute eine 1€ Pyramide, Fallenpyramide versus eine 10.000€ Und Ente, du musst die teure bauen! Was? Ich muss die teure bauen? 1€ war! Ja, und ich muss heute die billige bauen, weil, ja, heute bin ich mal 2€ wert Heute bin ich einfach stein süßer und Ente, du bist heute 10.000€ wert Was geht? Das ist reich, Alter! So, ich mach die Pyramide erstmal riesengroß Leute, ich baue jetzt hier alles mit der Hand, guck mal, es gibt hier so Tricks Guck mal jetzt, zack! Jetzt denkt ihr, was ist das? Aber ich baue jetzt kurz weiter und dann schaut euch das mal bitte an Und zack, Leute, ihr seht schon, guck mal, das geht so richtig schnell, ey Ente, wie weit bist du und was hast du gegessen, Ente? Wie weit bist du, Alter? Was ich gegessen habe, Bro? Ja, Mann! Ich hab mal Schokolade gegönnt Schokolade hast du gegessen? Wow, voll mit Milch oder, ähm... Hä, was? Zartpitter! Hä, voll mit Schalter! Oh, Ente, weil die läuft! Ich hoffe, es hat dir gut geschmeckt auf jeden Fall Ja, Junge! Ich bin fast mit der Umrandung schon, äh, mit Ausdruck schon fertig hier Oha, was ist das? Ja, es geht schnell bitte mit den Mods hier, die wir haben Aber ich hoffe, das ist auch groß genug Doch, ich glaube, das soll genug Fläche sein Ey, ich weiß auch nicht, ich hab meine Größe, ich mach meine riesig gerade, ich vertreib gerade voll Ja, ich kann aber auch einen Boden bauen und so, es kann cool werden, so Ente, deine kann auch groß werden, weil deine ist ganz teuer, meine ist ja die billige, ey Ja, stimmt, Alter! Die war zwar auch gefährlich, aber ich glaube, deine wird ultra gefährlich Ich bitte keine Laserwaffen, okay? Du hast... Ey, safe, Alter, du kriegst alles ab Du kannst die modernste Technik der Welt nehmen Ich bin dann am Ende gespannt, wer gewinnt Da müssen wir wieder den Diablock oder so finden Wer den abbaut, der hat dann gewonnen Ja, aber der besteht aber aus Dias Ähm, dann nimmst du einen anderen Block Okay, Leute, so sieht das jetzt fertig aus Und jetzt mach ich hier so, glaube ich, einen richtig freshen Eingang Aber nicht zu groß, einfach hier so klein Ja, das sollte reichen Und hier beginnt das Ganze Ich würde sagen, wir machen hier so Wände, damit das eine richtige Reihenfolge hat und so Machen wir hier erstmal ein bisschen zu Weil wir müssen jetzt in die Richtung, mache ich jetzt So, geht ganz einfach Hey, wie weit bist du schon, Alpha? Ja, ich fange jetzt hier an mit den Räumen Vielleicht war auch gerade meine Fallen fertig Hey, du platzierst schon die Fallen, oder was? Ja, Junge, Alter, ich bin schneller, aber ich bin Profi-Fallbauer, Alter Oh, oh, Ente ist echt Profi-Bauer Bei Fallen Okay, hier fängt es schon mal an So, was könnte man hier hinmachen? Ich glaube, erstmal ganz einfach Können wir einfach hier diese Blöcke platzieren Und die haben wir die Ja, wir haben die Blöcke Nice, ich dachte, die sind doch nicht in der Version Perfekt Dann können wir hier ein paar von denen platzieren Hier muss man erstmal durchkommen Hier fängt es erstmal ganz schlimm an, Leute Man denkt sich direkt Hä, weil hier will ich nicht rein Bitte, bitte So, ich glaube, so sieht das ganz gut aus Haben wir ein bisschen Mühe gerade gegeben Ente, war es doch schön, oder war es einfach auch Hauptsache gut? Ja, ich weiß nicht, was weiß ich, Alter Ich weiß auch nicht, was weiß ich, Alter Ich bin Ente, was weiß ich eigentlich? Ich weiß nicht, was Alter weiß So, hier mache ich es mal ganz eng Dass es hier richtig schwer wird So, hier ist jetzt ganz viel Feuer Hier muss man ganz vorsichtig durchgehen Ich glaube, hier kommt man nicht mehr durch, oder? Doch, hier kann man auch durchgehen Oh, oder? Doch, 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 das geht auch So, okay, ist jetzt, glaube ich, genug Feuer erstmal Ich habe noch eine lustige Idee So, weil ich platziere einfach mal die hier ein paar Stück von hinten Und die hier Was geht? Okay, hier geht es dann weiter Ja Okay, ich muss mir jetzt hier irgendwas anderes überlegen, was ich hier machen kann Ich glaube, ich habe eine gute Idee Und zwar mache ich jetzt das hier in Wasser Okay, kann ich auch sagen Ich glaube, Ente klaut mir nichts Ich habe auch gerade Wasser da, Alter Okay Du hast Wasser in der Hand Oh, Ente macht auch irgendwas mit Wasser So, jetzt mache ich hier eine Wand hin Hier kommen wir nicht mehr so einfach weiter So, und hier gibt es jetzt einen anderen Weg So, und hier muss man jetzt finden Und hier durchschwimmen Ich muss auch richtig lange machen Dass man wirklich auch dein Herzen verliert und so Oha, Junge, gemein Ja, Ente, ich muss es ganz gefährlich machen Ganz schwer für dich Oh, äh So, jetzt habe ich alles drin mit einem Befehl mit Wasser gefüllt So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert Wir müssen auch testen, ob man das überleben kann So, und hier geht es los Und let's go Mal gucken, wie weit ich es nicht schaffen kann Oh, 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 oh Oh nein, die Fackel ist jetzt weg Okay, ich muss die gleich andere Lampel machen Hey, was machst du alles da? Oh, ich bin ja richtig langsam Oha, ich weiß nicht, ob man das überleben kann Oh, oh, okay Nein, komm schon, komm schon Und? Ja, man schafft das doch locker Ist doch viel zu einfach Ich muss es schwieriger für dich machen, Ente Oha, übertreibend Du darfst es nicht so einfach schaffen, Mann Okay, Leute, das Ganze ist jetzt machbar Aber ein bisschen schwieriger Ich bin fertig Du bist schon fertig Oha, so schnell, Ente Okay, ich beeil mich, ich beeil mich So, okay, warte Ich mache jetzt hier, glaube ich, noch einen Jump Run zum Schluss Aber aus dem Block hier Das heißt, man kriegt, glaube ich, durchgehend Ähm, keine guten Effekte Das bedeutet für dich, Ente Du musst dich ein bisschen anstrengen Oha, übertreibend Mach keinen Stress, Junge Ja, ich merke es einfach für dich, Ente So schwer wird es nicht So, dann muss man hier hoch springen Schaffen, glaube ich, auch ganz einfach Ente, denkst du, ich werde dein Level schaffen? Hey, ich weiß nicht, Alpha Musst du probieren, Junge? Weißt du nicht? Ey, wenn du machst das zu schwer Dann wirst du sehen, Ente Dann mache ich auch so süß Aber persönlich Hä, was? Aus mir? Ja, Mann So, dann hier noch so ein Weitersprung Aber man kriegt halt durchgehend Schaden Mann, ich muss es einmal testen Ist das überhaupt alles möglich? Oh, ich habe nicht mehr viel Leben Und let's go Ich kriege jetzt zwar Schaden Aber es ist möglich, glaube ich Und oh, oh, das war schwer Mal gucken, ich habe, glaube ich, sowas noch nie gemacht Warte mal Zack, zack, zack Und hoch Okay, das ist möglich Okay, ich habe es geschafft Aber okay, das war schon schwer genug Ich glaube, du wirst es nicht so einfach schaffen Und deswegen mache ich jetzt hier schon den Dierblock hin Hast du deinen Block platziert, Ente? Ja, ich habe den platziert Also ich habe nicht nur einen Block, Junge Das wäre Okay, Ente, ich bin bereit Ich mache jetzt die Wand weg, okay? Okay So, ich bin so gespannt, wie deins aussieht Bestimmt richtig teuer Mach weg, Alter Und drei, zwei, eins, weg Let's go Oha, komplett aus Dierblöcken Heftig Okay, mit welchen soll ich anfangen? Willst du erst bei mir machen? Ja, aber ich stimme dir rein, Alter Oh mein Gott, ich glaube, eins wird gleich richtig schwer Okay, game boot Let's go Und let's go Komm schon, du wirst es schaffen Oh, zack, Alter Oh, das sind deine Kollegen Deine Kollegen haben es leider hier nicht überlebt Hey, ich muss immer die Lava schneiden, Alter Au, au, au Ja, so viel Schalt kriegst du da nicht Oh, du hast gar kein Feuer Oh, oh Das hier, das Schwierigste, glaube ich Jura, Alter Kann ich hier einfach da drüber oder so Nein, geht nicht Du musst da durch Oh, drei, da Ich komme mit im Gamebo 3 und gucke dir hier zu Jura, Alter Ich muss hier die ganze Zeit spielen, Alter Du musst direkt mit Sprinten, mit Sprint, Ente Das wird richtig schwer Sprint durch, Sprint durch Ich werde weggetrieben, Alter Ich werde weggetrieben, Alter Ente, du musst es schaffen Jo, Alter, ich bleib die ganze Zeit unter Wasser hängen, Alter Mal gucken, was du schaffen willst Das ist das Allerschwerste hier bei mir Du bist echt verrückt, Alter Ich bin nicht verrückt Jura, ich bin schockt Nein, Ente, du hast noch einen Weitweg Obwohl, du bist gleich am Ziel Du bist gleich am Ziel Du bist gleich am Ziel Du bist gleich am Ziel, Alter Du bist gleich am Ziel, Alter Du bist gleich am Ziel, Alter Und geschafft Wie viele Herzen hast du? Jura, ich habe gar nicht so viele verloren, Bro Okay, krass Ich hatte am Ende nur noch drei, als ich es gemacht habe Alter, ist dein Ernst? Jura, ich muss mir die Füße verbrechen Das Jungs springt dann Au, au Oh, du schaffst das voll einfach Ich dachte, das ist ja voll schwer Du springst einfach voll easy durch Dein Ernst? Was? Du bist vom Diablock Das kann doch nicht wahr sein Ich habe so viel Mühe gegeben, Mann Was geht? Okay, jetzt testen wir deinen Fallen Was? Ich bin Game-O-3, Alter Ich bin Game-O-0 Ich fange an, Alter Bist du bereit? Ja, du musst aufpassen Es gibt viele verschiedene Fallen Ja, ich sehe es hier schon Wenn man das berührt, Leute Wenn man das einmal berührt Ist man direkt Game-Over Ich darf das auf jeden Fall nicht berühren Will, du hast hier gleich unsichtbare Blöcke Wo ich runterfalle Das wäre so gemein Ich weiß nicht Vielleicht kommt es vor Oh, oh Ey, der hat bestimmt hier richtig krasse Fallen So, mal gucken Und zack Oh, du hast ihn gepackt, Alter Hey, der war einfach, der Sprung Kein Problem für mich So, wir müssen hier weiter gucken Hä, muss ich hier irgendwo durch? Ach so, nee, okay, okay Ich muss hier lang Oh mein Gott, das ist ein schwerer Sprung Und zack Hab ihn geschafft, perfekt Oha, Profi, Alter Ja, diese Deckensprünge Die kann ich schon Muss ich hier gleich irgendwo runter, oder was? Ich weiß Es gibt verschiedene Wege Keine Ahnung Es gibt doch diesen Trick im Minecraft Dass da dann Wasser ist Und dann kann man da runter Ja, aber ich weiß nicht, ob du das so gemacht hast Oh, hier geht es auch weiter Oh, oh, Lava, ganz viel Lava Komm schon Nein, jetzt sind wir Oh, du bist nicht weit getreten, Alter Ist hier eine Falle, oder was? Ja, Junge, du kannst dann durch Mit dem Boden hier fallen Äh, ist da dann Lava, oder was? Oh, oh, man fliegt einfach raus Oha, du hast ja wirkliche Fallenblöcke, Mann Ja, pass auf, Waffel, lauf weiter Du läufst in die Falle zurück Äh, lauf ich gerade zurück Oh, hey, ich bin doof So, okay, hier geht es weiter Was ist hier? Nein, bitte sag jetzt nicht Ich muss auch ein bisschen rumschwimmen Nein, du musst ein bisschen schwimmen, Alter Schwimmen tut gut, Bro Hey, guck mal, wie lange das dauert Weißt du, wenn ich bei dir durchtauchen muss, Alter Ja, okay, hast du recht Okay, wo komme ich hier hin? Oh, jetzt bin ich auch unter Wasser Aber ich kann hier wieder atmen Muss ich da raus, oder was? Nee, ich glaube nicht Ich glaube nicht Hier war Lava, oder? Ich glaube, du hast den Fehler gemacht Das Obsidian Okay, hier geht es weiter Oh, oh Warte, was passiert, wenn ich da drauf trete, Leute? Oh, oh Nice, Mann Oh, du packst ja voll gut Junge, ich habe noch fünf Fernsehen Ich muss kurz aufpassen Wenn ich das jetzt berühre, ist es vorbei Geschafft, okay, kein Problem Okay, weiter geht es, weiter geht es Junge, du hast ja voll den langen Weg Nein, du hast es geparkt, Alter Waren die gerade Traptors, oder was? Oh, hier war eine Ich bin einfach rüber gesprungen, Leute Oh, oh, du Profi, Junge Da kann man runterfallen Nice So, warte, weiter geht's Hä? Ist das das Ende? Ja Ach, hier ist das Ende Ja, ich habe es geschafft, Leute Was geht? Alles, Leute Lasst ein Abonnenten Schaut bei uns vorbei Und dann würde ich sagen Tschüss Tschüss